hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft ich spiele hier in der silberbrockmine die kennen wir ja auch schon die haben wir auch schon geworfen wir sind gerade mal wieder vom schwimmen gekommen wir sind müde, wir sind fertig so wie fast immer freitags pflegung mit hier den gesundheitsstein ziehen wir mal schnell in der leiste ach ich habe ja noch ein paket von der letzten instanz eine heizkette die heizkette ist nicht gerade mal viel besser wie meine sie hat ein kripptreffer mehr dafür ein tempo weniger äh ein tempo mehr dafür ein kripptreffer weniger Wasser in den ohren ja dann schauen wir mal was heute hier so abgeht in eine minute geht die lass in eine minute geht die lass ja go 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 oder wie die evp spieler schreiben ok 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 so voller adrenalin dass wir das boden nur richtig schreiben können ich habe immer das gefühl dass ich als erstes losrenne sooo kommt noch einer mit ach so zwei sogar zwei reichen noch ein oh ne da kommt ein ganzes Wort ich habe es nicht überrebt da ist keiner an den wahren ja aber es scheint es als ob wir den nicht kriegen auch wenn keiner da halt dran ist so ich bringe hier ein sicher ins Ziel und Punkte jetzt geht es weiter auf die nächste Lohre die die Das war's für heute. Das war's für heute. Bislang liegen wir ja noch vorne, was mir eigentlich wundert. Aber ich finde schon, dass sie gut sind. Aber jetzt haben sie uns gleich eingeholt. Das war's für heute. Schnell da hinrennen. Wiederhole einen. Das war's für heute. 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 8 gewonnen oder vorletzte Platz fünfmal gestorben, ein Kind habe ich ja irgendwie immer wenn ich aus dem Schwimmbad kommt bin ich so kaputt da kann ich mir so richtig spielen naja aber wir haben gewonnen gut dann würde ich mal sagen ich bedanke mich recht herzlich für die runde ich freue mich beim nächsten mal wieder bald seid ich wünsche euch viel spaß und auf Wiedersehen